Die DreamStation ist ein Gerät zur Behandlung obstruktiver Schlafapnoe mit Hilfe von positiver Atemdruckunterstützung. Ihre DreamStation erhalten Sie inklusive Tragetasche, Stromkabel, Netzteil, Luftschlauch, Einwegfeinfilter und Benutzerhandbuch. Ein wiederverwendbarer blauer Pollenfilter und eine SD-Karte sind im Gerät vorinstalliert. Zusätzlich können Sie einen Luftbefeuchter verwenden. Für die Behandlung brauchen Sie außerdem eine Maske und eine Kopfhalterung. Sie können aus verschiedenen Versionen Ihre bevorzugte auswählen. Das Gerät aufzubauen dauert nicht lange. Öffnen Sie das Filterfach, indem Sie die Klappe nach oben heben. Vergewissern Sie sich, dass der blaue Pollenfilter zur Entfernung von Hausstaub und Pollen eingesetzt ist. Nehmen Sie den Filter heraus. Zusätzlich zu dem vorinstallierten Pollenfilter bietet ein optionaler Einwegfeinfilter die Reinigung von feinsten Staubpartikeln. Wenn Sie beide Filter verwenden, legen Sie den vorinstallierten Filter auf den optionalen Filter und stecken diese zusammen. Setzen Sie die Filter nun wieder in das Gerät ein und schließen Sie das Fach. Füllen Sie den Wassertank Ihres Luftbefeuchters jeden Abend vor dem Schlafengehen mit destilliertem Wasser. Schieben Sie die Klappenentriegelung des Befeuchters in Richtung des Therapiegerätes und ziehen Sie gleichzeitig die Klappe so weit nach oben, bis sie vollständig geöffnet ist. Nehmen Sie den Wassertank heraus. Spülen Sie den Wassertank vor dem ersten Gebrauch mit Leitungswasser aus. Leeren Sie den Tank vor jedem Gebrauch und spülen Sie ihn vor dem Auffüllen wieder mit Wasser aus. Nehmen Sie den Wassertank vor dem Auffüllen immer heraus, um Schäden am Gerät zu vermeiden. Stellen Sie den Tank auf einen stabilen und ebenen Untergrund und befüllen Sie ihn höchstens bis zur Markierung mit destilliertem Wasser. Setzen Sie den Wassertank vorsichtig in den Luftbefeuchter zurück und schließen Sie die Klappe, bis diese einrastet. Um das Atemschlauchsystem zusammenzusetzen, verbinden Sie ein Ende des Schlauches mit dem Luftauslassanschluss des Befeuchters. Mit einem beheizbaren Schlauchsystem richten Sie den Anschluss nach der Oberseite der Öffnung aus. Drücken Sie den Schlauch in den Luftauslassanschluss, bis die Laschen an der Seite hörbar einrasten. Verbinden Sie nun das eine Ende des Schlauches mit Ihrer Maske. Schließen Sie eine Kopfhalterung an die Maske an. Beachten Sie die Anleitungen für sachgerechte Anpassung und Pflege von Maske und Kopfhalterung. Für die Stromversorgung stecken Sie das Ende des Stromkabels in das Netzteil. Stecken Sie das Stromkabel in eine Steckdose. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Steckdosen mit Schalter. Das grüne Ende des Netzkabels stecken Sie nun in den grün markierten Stromanschluss an der Seite des Gerätes. Gehen Sie sicher, dass der Stecker festsitzt. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, sehen Sie das Philips Respironics Logo und den Modellnamen des Geräts auf dem Bildschirm. Innovation & You – Philips Respironics Untertitelung des Gerätes